Pop-Up Radwege Die neueste Kreuznerer Schnaps-Idee Erleben Sie maximale Behinderung für den Straßenverkehr bei maximaler Gefährdung der Radfahrer gepaart mit maximaler Verwirrung aller Verkehrsteilnehmer damit unsere Stadt noch unattraktiver und einkaufsfeindlicher wird Geschäfte und Unternehmen machen dicht Frau Kastamäurer stört das nicht Vernünftige Radwegplanung sieht anders aus, liebe Stadtverwaltung Also Schluss damit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017